So, elf Gold? Ja, ich kann dir elf Gold geben. Warte, wie geht's nochmal? Verbündete. Ich geb dir 13 Gold. Die bekomm ich aber gleich wieder, ne? Ach, ne, behalte's, auch egal. Dann bau ein... Oh mein Gott, ein Katapult. Das zieht Belagerungsschaden, hat ne ziemlich gute Reichweite und hat rasendes Tempo. Herrlich. Und die Bosse, komm. Ich bin nicht auf sie vorbereitet. Oh, einer ist schon tot. Ihr habt rufen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. So. Jetzt hab ich sie ja ein bisschen abgelenkt, das heißt, wir werden noch länger von den anderen Türmen getroffen. Schön, noch einer tot. Arbeit abgeschlossen. Oh mein Gott, das ist ein laufender Feuerball. Herrlich. Wir haben alle down gekriegt. Uhu, wir schaffen das sogar auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich dachte eigentlich, dass wir dafür den schwierigen bräuchten. Und ich hab mich schon wieder verbaut. Ja. Some kind of noob. Oh mein Gott. Naja, machen wir. Wir machen noch eine Runde. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Deswegen baue ich hier jetzt erstmal komplett voll. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Und weiter geht's. Ich sehe grad, ich hab noch mal Fehler gemacht. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Das ist einfacher für mich. Genau. Also nur ein halbes Feld weiter. Die meinte ich gar nicht. So, weiter geht's. Ups. Abreißen. 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 Endlich. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Endlich. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ich bin verwirrt. Ne, du kannst die nächste Mal auch so bauen. Das klappt auch. Kann ich ja sogar ein Tor mehr hinbauen. Das ist gut. Das ist schön. Ähm. Uhu. Fliegende Einheiten. Fliegende Einheiten. Ah. Oh, die Reihe habe ich auch falsch gebaut. Oh, heute ist ein Scheißtag. Ich habe auch schon zwei Stunden Kid Dracula Let's Play gemacht und habe zwei Stunden lang die Aufnahmen verkackt und darf es jetzt alles nochmal machen. Bah, will ich. Fliegende Einheiten. So. So sieht das doch schon gleich viel schöner aus. Und ich habe genug Geld, um mir eine Spinde zu kaufen. Wuhu. Ne, ich spar auf den Licht. Den Licht setzt sich als Last Defender Tower hin, falls gleich nochmal... Da kommen nämlich gleich nochmal Astral-Einheiten. Garantiert. Jetzt kommen erstmal... Verbolgs. Keine Ahnung. Ich spare erstmal ein bisschen. Ich baue die Reihe noch fertig und dann... wird gespart. Wenn die hier so einen lustigen Slalom-Kurs laufen müssen, werden die auch längere Zeit von diesen Gatling-Türmen getroffen. Dann sind die ein wenig effektiver. So, lauft. Lauft ihr Viecher, lauft. Die sind ziemlich schnell. Ich glaube, das sind Fast-Einheiten. Also, sie kommen kaum bis zum Eingang hier. Oh doch, der schon. Dann gibt es wieder laufende Feuerbälle. Lustig. Äh, laufende Feuerbälle. Und jetzt kann ich einen... Licht bauen. Wie ihr befehlt. Endlich. Und zwar baue ich jetzt... den stärksten Turm der... untoten Einheiten. Einen Licht. Wie ihr befehlt. Und der ist wirklich ein schöner Turm. Meine Rache gehört euch. Aber abgeschlossen. Ah, zieht euch den Schaden rein. Ist das nicht herrlich. Oh, das sind noch gar keine Astral-Einheiten. Das finde ich schön. Ich glaube, das sind sich Teilen der Einheiten. Noch schlimmer. So. Das war's erstmal mit meinem Google. Dann geht's jetzt weiter mit... Spinnen. Jetzt werden Spinnen gebaut. Das nächste Mal baue ich anders. Wir kommen schon relativ weit. Aber ich glaube, Angst haben müssen wir noch... noch nicht. Das ist so viel angenehmer. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Oh, ich glaube, ich habe genug Gold für eine... Spinne. Nein, die kostet 150. Kann ich 10 Gold von dir haben? Wuhu, 10 Gold. Spinne. Oh mein Gott, was sind das? Weißzahnmammuts. Die will ich mir mal ein wenig näher angucken. Die sehen ja ulkig aus. Wuhu, das erste ist tot. Nee, erst nach... Jetzt schon? Tatsache. Ich habe ein Holz. Ich könnte jetzt wechseln. Mache ich aber noch nicht. Ich glaube, ich baue hier noch... Lichts rein. Ja. Oder ich mache das anders. Ich baue hier noch Spinnen zu Ende oder... Nee. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Überlege ich mir spontan. Ich habe sowieso nicht so die Hoffnung, dass wir noch lange überleben. Mit über 20 Lügen wird das manchmal ein bisschen knapp. Okay. 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 Oh, das sieht doch ganz gut aus. Hä? Wo läuft der denn lang? Der ist zurückgelaufen. Idiot. Ah, der hängt da oben, der hängt an der Fest. Ich befreie den mal. Du steckst fest. Du steckst fest. Zur Strafe wirst du jetzt befreit und darfst in deinen Tod laufen. Ich habe ihn aus... Ich habe ihn nicht... Ich habe das Creep gebackt. Ich habe das Creep gebackt. Wuhu. Ich habe das Creep gebackt. Geht er wieder runter, du... ...verficktes Creep. Ich habe das Creep... Die Wand hoch. Wie geil. Ja, selter. Einmal den Moderationsschluck. Ah, ja. Oh, geh mal her. Ich brauche auch ein paar Chips. Ah, ich komme gar nicht in diese doofe Röhre rein. Meine Hand steckt fest. Au. Aber du könntest dein Hand rausziehen, wenn du die Chips loslässt. Aber dann hätte ich keine Chips. Ah. Ein Gewissenskonflikt. Und jetzt kommen Astraleinheiten. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Hm. Yum, yum, yum. Chili. Ja, bei denen sieht das gut aus. Obwohl... Nein, da sind welche durchgekommen. Inakzeptabel. Ah, wie sieht es hier aus? Bin mal gespannt. Jetzt sehe ich jetzt erst mal den Lich in Action. Hau rein, Lich. Boah, schieß doch schneller, du Idiot. Schieß doch schneller. Gott, ist der langsam. Ich mag den Lich nicht. Ja, wir haben noch ein Leben. Wir sind... Oh, Mann. Wir sind richtig die... Ja. Wir haben es so drauf, ey. Wir haben es genauer auf die Sekunden... Auf den... Auf ein Leben abgepasst. Ab jetzt spielen wir das Spiel komplett durch. Mit einem einzigen Leben. Arbeit abgeschlossen. Koboldmeister. Ja, wir haben noch Chili Chips. Oh, scharf. Oh, scharf. Sterbt ihr Koboldmeister, sterbt. Nee, es sieht auch nicht so aus, als ob die das hätten zu sterben. Ja, ich kann dir 20 Gold spenden. Was, wo... Was baust du denn? Oh, mein... Jetzt halt doch mal still hier. Wuhu, der Master Tower. Oh, mein Gott. Das ist ja fast Dauerfeuer. Das ist Dauerfeuer. Übelst. Chaos-Schaden ist sowieso das Übelste überhaupt. Aua. Das tut in den Augen weh. Ihr habt gerufen. Ich hab sogar noch... Ey. Ich hab gar nicht... Ich hab da gar nicht drauf gedrückt. Für den Lichtkönig. Arbeit abgeschlossen. Om nom 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 nom. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Rache gehört euch. Oh, mein Gott. Sterbt doch. Sterbt doch. Oh, mein Gott. Nimm mal Spezialisten. Ah, ich wegklauch mal meine Rasse. Ich nehm jetzt mal Elementare. Ah, ich wegklauch mal meine Rasse. Ich wegklauch mal meine Rasse.